In dieser Klasse lernen wir, wie man Kräfte in das Modell für die dynamische Simulation einfügt. Für die Anwendungen dieser Klasse werden wir diesen einfachen und didaktischen Satz verwenden, aber die Konzepte, die gelernt werden, können in komplexeren Mechanismen ausgeführt werden. Sehen Sie, dass dieser Satz eine translationale Bewegung hat. Wir werden ein Translationsbewegungsgelenk und auch eine konstante Kraft, die mit diesem Gelenk verbunden ist, einfügen, um die Bewegung zu überprüfen, die durch die Anwendung dieser Kraft verursacht wird. Beachten Sie, dass die Dichtung automatisch von ein Wender hinzugefügt wurde, da er die Bauteilbaubeschränkungen berücksichtigt und die Dichtung identifiziert hat, die für diesen Mechanismus gilt. Sehen Sie, dass es schwieriger ist, die Teile mit der Maus in der dynamischen Simulationsumgebung zu bewegen, weil der Erfinder dabei einen Kraftvektor betrachtet und die durch diese Kraft verursachte Bewegung berechnet. Lassen Sie uns die Bewegung simulieren, die durch eine kontinuierliche Kraft von 0,01 n auf diesem Stück verursacht wird. Um dies zu tun, starten wir das Werkzeug vor es, das sich in der Toolgruppe Laden des Menüs Multifunktionsleiste befindet. Wenn die Schaltfläche Standort aktiviert ist, müssen wir die Position der Kraft auswählen. Wir können Punkte oder Eckpunkte auswählen. In diesem Fall wählen wir diesen Punkt aus. Wenn die Schaltfläche Richtung aktiviert ist, wählen wir eine Kante oder Fläche aus, die die Richtung der Kraft definiert. Sehen Sie, dass der Erfinder uns den Kraftvektor zeigt, und um seine Richtung zu ändern, klicken Sie einfach auf diese Schaltfläche. In Magnitude müssen wir den Wert der Kraft melden. Wir können einen numerischen Wert eingeben oder durch klicken auf diesen Pfeil das Einfügen dieser Informationen durch das Diagramm aktivieren. In der Grafik können wir die gewünschte Kurve konfigurieren und somit die Festigkeitswerte erhalten. Wir legen einen konstanten Wert von 0,01 n für Stärke fest. Wenn diese Taste aktiviert ist, wird die Richtung der Kraft im absoluten Koordinatensystem der Baugruppe fixiert. Durch Drücken dieser anderen Taste können wir die Richtung dieser Kraft mit einer anderen Komponente verknüpfen, die eine zugeordnete Kraft hat. Wenn zum Beispiel ein anderes Stück diese Komponente gedrückt hat, könnten wir diesen Knopf aktiv lassen. Da es jedoch keine verwandten Kräfte hat, halten wir diesen Knopf an, wodurch die Richtung der Kraft fixiert bleibt. Durch Klicken auf diesen Pfeil öffnen wir weitere Optionen für das Einfügen von Kraft. Sehen Sie, dass wir Kraft durch Vektorkomponenten relativ zu X-, Y- und Z-Achsen anwenden können, wodurch die Verwendung von Vektorkomponenten ermöglicht wird, indem Sie auf dieses Feld klicken. In Fx definieren wir den Wert des Kraftvektors auf der X-Achse des Koordinatensystems fest, das an der Kraftposition angezeigt wird. In Fz definieren wir den Wert des Kraftvektors auf der Z-Achse des Koordinatensystems fest, das an der Kraftposition angezeigt wird. Um die Größe abhängig von der konfigurierten Richtung zu halten, deaktivieren Sie einfach die Verwendung von Vektoren, indem Sie erneut auf dieses Feld klicken. Durch Auslösen der Box-Display lassen wir den Vektor während der Simulation sichtbar und wir können seinen Maßstab und seine Farbe konfigurieren. Durch die Konfiguration des Maßstabs ändern wir die Größe, die dieser Vektor im Zeichnungsfenster angezeigt wird. Wir können auch die Farbe ändern, die dieser Vektor haben wird. Wir haben auf OK geklickt und das war es, die Kraft wurde für dieses Modell konfiguriert. Sehen Sie, dass die Kraft der Projektstruktur hinzugefügt wurde. Um die Gravitationskraft auszulösen, klicken Sie im Projektbaum mit der rechten Maustaste darauf und dann auf Gravitation definieren. Wir können es durch Vektorkomponenten einfügen, relativ zu den Zehnten, Y- und Z-Achsen, oder durch Bestimmung seiner Richtung durch die Komponenten. Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, wählen wir eine Fläche, eine Kante oder einen Bezugspunkt innerhalb der festen Teile des Modells. Das heißt, wir können keine Fläche, Kante oder Bezugspunkt beweglicher Teile auswählen. Wir können seine Richtung ändern, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken. In Magnet definieren wir den Wert für die Beschleunigung der Schwerkraft, die standardmäßig gefüllten 9810 mm pro Quadratsekunde kommt. Was das gleiche ist wie 9,81 m pro Quadratsekunde, das ist die durchschnittliche Gravitationsbeschleunigung der Erde. Wir klicken auf OK und das war es, das Modell wird Gravitationskraft ausgesetzt. Obwohl diese Ebene als Referenz ausgewählt wurde, wirkt die Gravitationskraft auf den gesamten Satz, da diese ausgewählte Ebene nur Referenz ist. Sehen Sie sich die Ergebnisse der für diesen Satz festgelegten konstanten Kraft und Schwerkraft. In dieser Klasse lernen wir, wie man Kräfte in das Modell für die dynamische Simulation einfügt.